Grundsätzlich ist es nicht zu 100 Prozent überraschend, sie hat es selber angesprochen, man wusste unmittelbar nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz aus allen politischen Ämtern, dass sie auch nicht weitermachen wollte und eigentlich mit dem neuen Team nicht mehr glücklich war. Jetzt hat sie das vollzogen, rechtzeitig vor dem ÖVP-Parteitag, wo die neue alte ÖVP wieder übernehmen soll mit Karl Nehammer und es dürfte weitere Breaking News heute geben, weil Elisabeth Köstinger offenbar nicht die einzige Ministerin ist, die heute zurücktritt. Damit haben wir gleich neue Breaking News für Sie. Denn auch eine weitere Ministerin hat jetzt angegeben, sie wird heute... Sie hat es noch nicht angegeben, wir hören das jetzt sehr dicht aus sehr gut informierten Kreisen aus der ÖVP, dass auch Margarete Schramböck, das ist jene Wirtschaftsministerin, die du andeutungsweise vorher gemeint hattest, auch heute zurücktreten soll. Schramböck galt ja schon die längste Zeit als Wackelkandidatin, da wusste man, da gab es starke Kritik aus den eigenen Reihen, aus dem Wirtschaftsbund, aus der ÖVP, die gesagt haben, in so einer großen Krise, wir wissen, Gaskrise, Energiekrise, Teuerungskrise, bräuchte man einen tatkräftigen Wirtschaftsminister, Wirtschaftsministerin. Und offenbar soll das jetzt mit einem Auffarschen passieren. Ich persönlich glaube auch, Karl Nehammer, der Bundeskanzler und ÖVP-Chef, hat keine andere Wahl, weil du kannst jetzt nicht jeden zweiten Tag eine Regierungsumbildung machen. Und wenn, dann muss er es in einem größeren Auffarsch machen. Wer könnte denn jetzt Elisabeth Köstinger überhaupt nachfolgen? Es sind große Bereiche, alleine Tourismusressort ist schon sehr, sehr viel, Landwirtschaftsministerium natürlich große Aufgaben, die ja auch auf einen Nachfolger, Nachfolgerin zukommen. Was glaubst du, welche Namen könnten da sein? Also genannt wurde mir die derzeitige Verteidigungsministerin Claudia Tanner, die ja aus dem Bauernbund kommt, aus Niederösterreich, da sehr stark verankert ist. Da haben ja allerdings andere in der ÖVP gesagt, das werden wir erst sehen, ob das wirklich so möglich sein wird, weil die westlichen Bundesländer erheben Anspruch auf mehr Ministerien. Das wird natürlich spannend werden. Wir wissen, Schramböck sitzt auf einem Ticket der Tiroler ÖVP. Ich weiß, das klingt jetzt alles ganz abstrus, aber das ist nun mal die Logik in der ÖVP. Die hatten schon die ganze Zeit gesagt, naja, falls die geht, muss aber wieder eine Tirolerin was werden. Vielleicht wird da auch der Versuch gemacht, okay, jemand aus Tirol oder aus Vorarlberg oder einem westlichen Bundesland kriegt. Das Landwirtschaftsministerium, dafür hat man mehr Spielraum für das Wirtschaftsministerium, aber das scheint sich in diesen Stunden gerade zu entscheiden. Gerade das Ressort Wirtschaft wurde vorher schon gemunkelt oder wir haben es auch mit Günter Schröder vorher besprochen. Er hat gemeint, Martin Kocher wäre hier ein heißer Kandidat. Wie siehst du das? Ehrlich gesagt glaube ich, dass die ÖVP im Wirtschaftsministerium jemanden aus dem Wirtschaftsbund haben will, jemanden, dem sie zutrauen, da besser vernetzt zu sein. Martin Kocher ist jetzt Arbeitsminister, aber das wird man natürlich sehen, ob du da jetzt eine Rochade nach der anderen machst oder wirklich versuchst, neue Köpfe reinzubringen. Aber es könnte natürlich eine Variante sein, dass man ein Ministerium zusammenlegt, dass man, das wollte die ÖVP eigentlich eh immer schon so machen, dass du die Agenten vom Kocher-Ministerium und von der Schramburg-Ministerium zum einen zusammenlegst und andererseits eine neue Gasministerin, Energieministerin eigens bringst. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird gerade besprochen.